So, wir gehen jetzt... Matthias freut sich schon. Ja, Matthias freut sich. Wir gehen jetzt zur Eselstation. Wenn ihr wüsstet, Gott sei Dank gibt es kein Geruchsvideo, wie es hier stinkt, würdet ihr euch auch nicht mehr freuen. Es stinkt alles nach Esel. So, es ist alles schön beschrieben. Immer schön. Und sie stinken. Jetzt aufmachen, bitte. Hallo. Du. Du. Ist doch ein Sattel drauf. Du. Hallo, Herr. Wie viel? 10 Euro für 2.